oh mein gott leute jo leute herzlich willkommen zu meinem Kanal heute ich bin mein gott Skywars auf der map Ferry und zwar möchte ich mich dafür entschuldigen dass in der letzten zeit nicht so viele videos kamen und zwar hatte ich Geburtstag und da hatte ich nicht so viel zeit ein video aufzunehmen ich werde dann jetzt auf jeden fall versuchen die videos aktiver zu bringen ob das das wird weiß ich nicht aber ich würde sagen gehen wir dann auch mal zum ersten gegner so hier vorne ist auch schon der erste gegner da durfte ich den irgendwie nicht schlagen da vorne ist auch schon der nächste gegner und der hat richtig lust auf uns so dann haben wir uns hier mal ganz habt ihr das gesehen lol ich habe auch keinen Fallschaden bekommen oh der hat auf jeden fall richtig geiles wo ich sagen ja mit zwei hits schon gedroppt hast ja jetzt und du hattest auch ein gap dann war das doch ein fairer austausch würde ich sagen und zwar leute möchte ich nochmal sagen ihr könnt auf jeden fall mal in die kommentare schreiben was ich verbessern kann an den videos und was für modis ich bringen soll so leute damit sind wir jetzt auch in der mitte ok irgendwie darf man das jetzt nicht mehr im lg ich habe da gerade einen wolf gehört ein richtiger wolfsjung ist das ok der hat mir auf jeden fall nichts gedroppt leute wissen dass das lustige ist es machen sich zu wenig leute in diesem spiel eine angel ihr müsstet euch öfters mal eine angel machen und dann könnt ihr einfach die leute warnen ich dachte schon dass wir ein spieler es lebt eh nur noch der eine und der hat nicht so einen kompetenten skin also vermute ich mal nicht alter diese wölfe die bringen mich hier noch um ich sag's euch ey yo wir können frieden lieben hi na ich würde sagen da ich so viel stuff habe ok ich hatte doch auch recht der typ war nicht so kompetent ja leute wir sehen uns dann jetzt gleich auch in der nächsten runde wieder so leute damit wir jetzt auch in der nächsten runde und ich hoffe mal hier drin werden wir jetzt nicht zerhackt weil es relativ spitz abends wie ich jetzt das aufnehme und hier sind relativ viele hacker und ich meine jetzt nicht nur so obvious hacker sondern auch invis so leute die einfach ihre range hochgestellt haben und ich dann auseinander nehme hatte ich jetzt in meinen runden ja auf jeden fall ist das übelste kistenanlag ich hoffe einmal der typ da drüben ist jetzt nicht die kompetenz er hat doch nicht mal geiles gekipp ich dachte irgendwie der hätte geiles gekipp ja jetzt habe ich blöcke ne warum siehst du dich bist du irgendwie jetzt hier so killgeil dass du mich haben willst ja es killgeil weißt du was killgeilheit wird bestraft ne 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 ich jump nicht auf dich eh für die deine killgeilheit ne ja moine erlebt halt noch junge du hast doch eh geiles gekipp hör auf wegzulaufen gehen wir einfach mal jule rauf wow das hat jetzt nicht echt gemacht junge ist ja nicht echt grad so inkompetent gestorben mit so nem guten kipp ja leute ich würde sagen bauen wir immer kurz holz ab alter am arsch hat auch noch ne angel ja was willst du denn machen gegen so leute ja leute wir hatten gerade den übelsten equip anlag deswegen sehen wir uns gleich auch in der nächsten runde wieder jo leute dann sind wir auch in der nächsten runde auf der map enra auf jeden fall haben wir schon mal richtig nice das equip bekommen so wir sind damit jetzt auch beim nachbarn ach die hat null equip so damit uns niemand abstaubt auf jeden fall leute schreibt auf jeden fall mal rein eure kritik zu den videos was ich besser machen könnte wäre auf jeden fall ganz toll wenn er es reinschreibt ich denke mal der weiß nicht dass ich eier habe dann werde ich es ihm auch jetzt nicht demonstrieren ja auf jeden fall war es das doch nicht mit ihm er hat noch ne ender pelle oh mein gott leute close ist das safe war auf jeden fall schlecht gespielt von uns ja er lässt lava runter so wir sind jetzt auch drin ich hoffe einfach mal der hat sich jetzt nicht verzogen und gehen doch wieder nach oben zu ihm ja da konntest du dich jetzt nicht so gut safe hätten wir uns auf jeden fall gesaved ja und wenn schon jetzt bitte nicht wie viel willst du denn noch bitten ja leute ich würde sagen das war es noch mit diesem video das hat euch gefallen wir sehen uns beim nächsten mal wieder bis zum nächsten mal und tschüss bis zum nächsten mal